. Mysteriöse Anprobe, trägt Sylphie Mais hier ein Brautkleid? Erst vor wenigen Wochen hatte Sylphie Mais, 40, zugegeben, ja, sie ist frisch verliebt. Allzu viel soll die Öffentlichkeit von ihrer neuen Beziehung aber noch nicht wissen. Die Moderatorin hält ihr neues Glück nach der geplatzten Verlobung mit Unternehmer Gabel Oat im vergangenen Jahr noch sehr privat. Doch auf einem ihrer Sozial-Media-Profil tauchte jetzt ein Foto auf, das Anlass für Spekulationen war. Hat die gebürtigen Niederländerin darauf etwa ein Brautkleid an? Auf Instagram teilte Sylphie den schönen Schnappschuss. Er zeigt sie in einer wunderschönen cremefarbenen Robe mit einer riesigen Tüllschleppe. Solche Details kennt man vor allem von Hochzeitskleidern. Zu dem Bild schrieb die Blondine schlicht und einfach Anprobe und verlinkte den Designer der Kreation. Sofort hatten viele Follower der 40-Jährigen das Thema Hochzeit im Kopf. Es wird Zeit, dass du heiratest, du wärst so eine wunderschöne Braut und sogar heiraten will gut überlegt sein heißt es in den Kommentaren. Die Vermutungen kommen nicht von ungefähr. Galia La Haftas Label, das Sylphie auf ihrem Pick verlinkte ist bekannt für Hautekulture Brautmode. Allerdings verkauft die Marke daneben auch Galaroben. Ob es sich bei dem Dress also um ein Trauungsoutfit oder ein Kleid für ein Red-Carpet-Event handelt, weiß nur der TV-Star ganz allein. 2. Lass uns die Marke daneben. 4. 7. Untertitelung des ZDF, 2020